Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchists und XRP ist heute bei 51 Cent wieder sehr bullish, 1,2% nach oben gegangen. Einige Leute sind da anscheinend sehr bullish auf XRP, kann ich natürlich nachvollziehen, aber mich würde mal gerne auch eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Warum sagt ihr, warum ist XRP gerade so on the run? Ist es einfach nur, weil es vielleicht irgendwie ein bisschen Hype und Spekulation ist oder aufgrund der ganzen guten News, die wir in letzter Zeit gesehen haben? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, also man muss auf jeden Fall die Tage ehren, an denen XRP sehr gut performt. Wir erinnern uns vielleicht an die Tage, wo XRP immer runterging, egal ob es gut war oder schlecht und alle immer so, XRP geht ja nur runter. Naja, mittlerweile geht es da auf jeden Fall wieder ein wenig nach oben. Der erste Tweet für heute kommt von Straight Up, Straight Up XRP und hier geht es einmal um das koreanische Exchange Up Bit. Da sehen wir hier einmal deren schönes Logo an der Fassade von deren Büro. Und dann haben wir hier einmal deren sogenannte Tickerwand, also der Bildschirm, wo man eigentlich sehen kann, was für Krypto und andere Aktien sie gerade im Blick haben. Und dort kann man hier entsprechend auch XRP sehen. Und zwar ganz oben natürlich ein riesig Bitcoin, dann Ethereum und dann hier ziemlich schön, wo sie auch gerade drauf zeigt, XRP. Okay, in der Währung KRW umgerechnet, whatever das ist, aber zumindest haben wir hier einmal Ethereum und dann dahinter direkt XRP. Natürlich hier nur geteilgetreu mit dem Ripple-Logo, ansonsten wäre es ja auch zu schön und zu gut. Naja, aber Spaß beiseite. Natürlich ist es sehr interessant, dass da XRP auf dem Schirm ist. Und wie gesagt, ab 1.6., also ab morgen, hat ja auch China deutlich mehr Zugriff auf den Kryptomarkt allgemein. Und ich denke mal, da könnten wir den einen oder anderen Anstieg dann sehen. Natürlich alle Spekulationen erstmal. Wenn aber die Normalbevölkerung eigentlich standardmäßig auch in solche Assets investieren kann, dann ist es natürlich umso einfacher. Beziehungsweise dann ist eine gewisse Masse drin, die auch das Ganze vielleicht hält. Also man darf ja echt nicht vergessen, sagen wir mal, es kommt zu einer Bankenintegration. Das heißt, dass man zum Beispiel bei, ich sag mal, Sparkasse, Volksbank, Commerzbank, irgendwo da, dass man dort entsprechend Bitcoin zum Beispiel kaufen kann. Dann wird es ja mit Sicherheit einige hunderte Anleger geben, die dann Bitcoin kaufen, da ein bisschen halten und vielleicht sogar vergessen, wenn man so möchte. Also das kann es dann natürlich auch geben. Von daher sehr interessant. Und ich denke mal, in Zukunft ist das eigentlich auch ein treibender Punkt, wo man sagt, viele Leute haben dann Access, viele Leute haben Zugang zu diesem System und können dort entsprechende Kryptowährungen in ihrem Bankaccount auch lagern. Passend dazu ist auch das XRP Trading Volumen, also das Handelsvolumen, auf dem XRP Ledger gestiegen, also von XRP allgemein. Und zwar auf dem führenden südkoreanischen Krypto-Exchange. Das sehen wir hier einmal bei YouToday. Können wir es nachvollziehen. Also dort geht es auf jeden Fall ordentlich hoch. Das ist das Bithump-Exchange. Und hier sehen wir natürlich einen ordentlichen Anstieg. Das heißt, XRP ist gerade echt sehr, sehr bullisch, während Bitcoin ein bisschen, ich sag mal, wieder schwächelt, ein bisschen runter geht. Eigentlich gerade wieder so ein bisschen korrigiert. Da ist XRP gerade extrem stark und das finde ich definitiv eine gute Sache. Denn es geht um das sogenannte Lag Up, also quasi ein Bein hoch, wenn man so möchte. Und ja, da geht es natürlich darum, dass ein höheres Tief gebildet wird und somit in Zukunft der Support für XRP auch dann wieder stärker ist. Aktuell ist die sogenannte Blockchain Week in Irland. 2023 sehen wir hier einmal natürlich auch mit starken Partnern. Wir haben hier oben einmal die Citibank. Ganz, ganz oben, in riesig quasi, im Vergleich zu den anderen Exchanges hier. Da haben wir hier Binance, Fireblocks, VeChain unter anderem auch. Ziemlich interessant. Und dann haben wir hier natürlich the one and only Ripple. Unten rechts bei dieser Grafik hier ziemlich schön gemacht. Also einige interessante Partner. Auch zum Beispiel hier Cypher Trace von Mastercard. Finde ich auch interessant. Also dann doch schon einige interessante Verbindungen. Auch wenn ich bis vor einer halben Stunde noch nicht mal von der Ireland Week 2023 hier wusste, ist es natürlich umso interessanter, dass Ripple da trotzdem Sponsor ist, irgendwie mit dabei ist. und da natürlich so ein bisschen die Vorkunde der tokenisierten Finanzinstitutionen hier entsprechend weiterträgt. Dann haben wir hier einmal den Cowboy. Und er sagt hier, hier sind ein paar von den aktuellen Ripple Investments und die Bereiche, in denen sie auch investieren, beziehungsweise wo sie unterwegs sind. Das ist alles nach dem Lost Year passiert. Also das ist jetzt nicht so, dass sie es vorher gestartet haben. Dann kam die Klage, aber man musste den Deal noch finalisieren oder sowas. Nein, das wurde alles danach gemacht. Also Brad Guttinghaus und das Team sind da mit Sicherheit sehr fleißig gewesen im Bärenmarkt, sagt er hier. Also hier haben sie zum Beispiel in Bitstamp investiert. Das haben wir letztens auch mal besprochen gehabt. Liquidity Tech, Carbon Offset, all diese verschiedenen Bereiche hier. Also zum Beispiel Keyrock oder Supermojo, verschiedenste Firmen und Plattformen. Meistens in die Seed Sales hier investiert. Web 3 Pro, Hex Trust und all solche Sachen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Also man kann schon sehr gut erkennen, es geht in Richtung Cross-Border, NFTs, Tokenisierung, Finanzen, On-Ramp, Off-Ramp, so in der Richtung. Ich glaube, das könnte man alles so festhalten. Und ich glaube, daran sieht man, Ripple ist auf jeden Fall am Start. Dann geht es weiter von Michael Branch. Und hier haben wir einmal, die EZB hat jetzt ihren Prototypen für den digitalen Euro finalisiert und bereitet sich natürlich darauf vor, das Ganze jetzt auch entsprechend launchen zu können. Natürlich ist die Frage, sind wir da noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich in Richtung 2025 gehe ich mal von aus. Ich glaube, das bedarf einiges an Vorbereitungszeit. Aber wenn es dann einmal so ist, dann ist es mit Sicherheit auch ziemlich schnell dann da. Also ich glaube dann nicht, dass sie es ankündigen werden und werden sagen, ja, in fünf Jahren machen wir das mal oder sowas. Nee, ich denke mal, wenn man dazu offizielle Informationen bekommt, dann wird das Ganze schon recht schnell dann auch eingeführt werden. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was da so ein bisschen die Strategie sein wird. Wir haben uns natürlich jetzt schon lange auch vorher, bevor das bekannt wurde, mit diesem Thema befasst hier auf dem Kanal. Von daher sollte das hoffentlich für die alteingesessenen Leute hier nichts Neues sein, worüber wir reden. Aber natürlich zeigt das, dass die EU als Gesamtkonstrukt in Anführungsstrichen bereit ist. Und ja, dass natürlich auch in Zukunft da einige andere Kontinente mit Sicherheit folgen werden. Also die EU wird ja jetzt nicht der Vorreiter in Sachen Kryptowährung sein. Von daher werden wir da mit Sicherheit noch einiges in Zukunft sehen. Also wenn es kommt, dann halt meistens so zack, zack, zack hintereinander. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Passend dazu gibt es natürlich auch schöne Berichte. Der European Systematic Risk Board haben wir hier. Also European System of Financial Supervision, wie man auf Deutsch gerne sagt. Kryptowährung und dezentralisierte Finanzen, Mai 2023. Da geht es natürlich hier viel um Regulation. Und wo Regulationen sind, da darf natürlich auch XRP nicht fehlen. Also zweitens, es ist wichtig, die gegebenen Informationen zwischen Preis- und Marktkapitalisierung mit Vorsicht zu interpretieren. XRP, der native Token von der Ripple Blockchain. Er hat hier zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von 18 Milliarden Dollar. Bei einem Circulating Supply von 51 Milliarden und so weiter. Also hier hat man dann quasi einiges an Statistiken. Und wie gesagt, da wo aktuell im Finanzmarkt Krypto vorkommt und in Kombination mit regulatorischer Klarheit genannt wird, da darf XRP natürlich nicht fehlen. XRP ist gerade der Coin, wenn es um regulatorische Klarheit geht. Von daher führt da keinen Weg dran vorbei. Dann haben wir hier Sentiment und da haben wir eine schöne Statistik über den aktuellen XRP-Preis. Und zwar hier ist es ein wenig hochgegangen. Also hier haben wir den zweitgrößten Tag jemals, bei dem so viele Wallets aktiv waren wie noch nie. Und zwar 490.000 Adressen, die mit dem Netzwerk interagiert haben. Und das in dem Fall hat uns dann einen gewissen Aufschwung gebracht. Wie gesagt, aktuell ungefähr bei 51 Cent. Und so kann man auf jeden Fall sehen, hier gibt es einiges an Volumen. Beziehungsweise sehr spannend, wie viele Wallets hier da aktiv waren. Es gab nur einen krasseren Tag, den sehen wir hier. Also das ist natürlich unglaublich. Und das hat natürlich zu dem Anstieg geführt, den wir alle kennen. Wo es dann irgendwo von 30 Cent irgendwie hochging auf knapp 60 Cent, sagen wir mal. Also hier ging es dann fast 50 Prozent nach oben in den nächsten 10 Tagen. Also schon ziemlich spannend. Und aktuell ist wieder sehr, sehr viel Volumen, beziehungsweise Traffic auf dem Netzwerk. Sehr gut. Super interessant hier. DX Run postet hier über den neuen Film. Und zwar Elements heißt der von Disney. Das heißt also ein neuer Kinofilm. Der bald rauskommen wird am 16.06. Also jetzt ungefähr in zwei Wochen. Und sehr, sehr spannend, dass die Hauptcharaktere, nämlich einmal das Element Feuer und das Element Wasser, soweit ich gesehen habe, sehr spannende Namen haben. Und zwar heißt diese Wasserkreatur wohl Wade Ripple, also ganz normal wie die Firma Ripple. Und diese Feuerkreatur heißt Amber Lumens, also so wie XLM, beziehungsweise Stellar Lumen, also XLM. Das deutet natürlich schon ziemlich sehr auf XRP und XLM hin. Klar ist einiges an Spekulationen und ist auch ein bisschen an Kreativität notwendig, sage ich mal. Würde sie jetzt heißen Amber Stellar oder sowas, dann wäre es natürlich nochmal ein bisschen deutlicher, sage ich mal. Aber ich finde natürlich schon ziemlich krass die Verbindung, ne? Raid Ripple und Amber Lumens, also wie XLM und XLP. Schon eine interessante Sache. Lasst mich da mal gerne eure Meinung auch zu wissen. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen kontrovers. So dieses, manche Leute sagen, ja, safe hat das was damit zu tun. Manche Leute sagen, ah ne, da überinterpretiert ihr was. Das ist mit Sicherheit nicht real, sage ich mal. Von daher lasst mich da mal gerne eure Meinung in den Kommentaren zu wissen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fun-Tweet. Der Fun-Tweet von heute kommt von David Schwartz. Und hier geht es einmal um eine Mail und zwar an einen Jeffrey. Und sie schreiben hier, hallo Jeffrey. Unglücklicherweise können wir dir aufgrund unserer Firmenrichtlinien keine Position anbieten. Und zwar können wir keine Person einstellen mit dem Namen Jeffrey. Denn das Ganze funktioniert und ist nicht kompatibel mit unserer Datenbankstruktur. Also ziemlich genial, aber leider können wir hier niemanden anstellen, der Jeffrey heißt. Weil es gibt schon einen Jeffrey und das funktioniert nicht mit der Datenbank. Sorry, aber nächstes Mal vielleicht kannst du deinen Namen ändern. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. In den Kommentaren ist übrigens keine Datenbankstruktur. Das heißt, egal welchen Namen ihr habt, ihr könnt immer reinschreiben. Und lasst mich gerne mal wissen, was euch so beschäftigt. Was euch so aktuell auf der Seele liegt, sage ich mal. Welche Coins vielleicht auch gerade für euch interessant sind. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein und XRP. Bis dahin Leute, wir sehen uns. Ciao. Ciao.